100 Jahre Köln Messe und gleichzeitig Eröffnung unseres neuen Kongresszentrums CONFEX, das ist natürlich ein großartiger Grund zu feiern und Menschen einzuladen, die sich davon überzeugen können, wie hier Zukunft gestaltet wird. Die vergangenen 100 Jahre haben gezeigt, dass nichts beständiger ist als der Wandel und dieses Unternehmen muss sich immer seine Wandelungsfähigkeit bewahren und muss sehr wach bleiben, damit man auch immer seine Kunden bedient und sie auch begeistern kann. Und heute ist natürlich die Kölner Messe global, auch an vielen Standorten ist das Schaufenster Nordrhein-Westfalens in die Welt, aber wir zeigen hier eben auch die Dinge in Nordrhein-Westfalen aus der ganzen Welt und deswegen ist die Messe nicht 100 Jahre alt, sondern 100 Jahre jung. Vielen Dank.